Der Ausgangspunkt für ein Vereinigtes Europa in Form von der Gestaltung der Vereinigten Staaten von Europa wäre auch nicht wie in den USA ein praktisch leerer Raum. Denn wo sind die Vereinigten Staaten gegründet worden? Auf einem riesigen Gebiet, das extrem dünn besiedelt war von Völkerschaften. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht den Namen Indianer verwende, sonst bin ich Nazi und Rassist. Dieses MPCC hat vollständigen Einblick in alle militärischen Strukturen und Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Es kann militärische Einsätze planen und soll sie in der Zukunft auch durchführen. Nun hat die EU bereits ein militärisches Instrument zur Verfügung, das sie aber nicht ausreicht. Das sind die sogenannten EU-Battlegroups. Und schließlich, um in der politischen, letztlich auch wirtschaftlichen, militärischen Auseinandersetzung mit den Weltmächten bestehen zu können, ist ein Minimum an Koordination in der Außenpolitik nötig. Aber kein Maximum und schon gar kein europäischer Außenminister. Ja, lieber Herr Prenzler, lieber Marco Schulz und natürlich meine sehr verehrten Damen und Herren. Was sind die deutschen Interessen? Eben hast du es schon angesprochen, Marco. Das will ich natürlich versuchen zu eruieren im Lauf dieses Abends und auch das, was daraus abzuleiten ist. Aber vielleicht ein Wort vorweg, ein ganz Persönliches. Man hat mich ja sehr freundlich angesprochen, auch in meinen bisherigen Wegen, im politischen und im sonstigen. Ich hoffe, dass sich das bis an das Ende dieses Abends noch hält und ich es nicht schaffe, das kaputt zu machen. Aber es ist vielleicht sinnvoll, eines zu erwähnen, aber nicht erwähnen, weil es mir symptomatisch erscheint für viele, die in Deutschland aufgewachsen sind in den 60er Jahren, in den 50er Jahren. Ich bin Jahrgang 1944 und damit wahrscheinlich einer der ältesten Knacker in diesem Raum. Die deutsche Nation, so ist uns beigebracht worden, als Kinder und als Jugendliche, ist eine verfemte, eine schuldbeladene, eigentlich eine, die gar nicht existieren sollte. So sind wir aufgewachsen und so versuchen es ja bestimmte politische Kräfte uns auch heute noch einzureden. Und in dieser Zeit war Europa so eine Art Ersatzvaterland, in der Weise organisiert, wie es damals war, also etwa in der Gestalt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ich bin im zarten Alter von 17 Jahren in die Europa-Union Deutschland eingetreten, dieser deutsche Zweig der sogenannten europäischen Bewegung, die die Einigung Europas befördern wollte. Vor ungefähr 25 Jahren bin ich von dort ausgetreten, weil ich den Eindruck hatte, das, was damals erstrebt worden ist, ist erreicht und viel mehr muss nicht mehr darauf gesattelt werden. Ja, die europäische Einigung, die resultiert im Wesentlichen, ja, das ist allgemein bekannt, aus den Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkrieges, wo man versuchte zu verhindern, zunächst auf den wirtschaftlichen, dann auch noch anderen Feldern, einen institutionellen Rahmen zu schaffen, der die Wiederholung von solchen Katastrophen verhindern sollte und der einen friedlichen Umgang der europäischen Völker untereinander garantieren sollte. Daran kann man heute mit Fug zweifeln. Heute Morgen ging durch die Medien eine Nachricht, wonach der ungarische Regierungschef Orban in einem persönlichen Gespräch mit den Herren Scholz und Macron vor einigen Tagen erfahren musste, wenn er dem Hilfspaket für die Ukraine in astronomischer Höhe, dem er nicht zustimmen wollte, wenn er dem nicht zustimme, würden Frankreich und Deutschland einen gemeinsamen Angriff auf die ungarische Währung starten und man werde bestrebt sein, durch Maßnahmen unterschiedlichster Art die ungarische Wirtschaft nachhaltig zu beschädigen. Eine Union, die solcher Maßnahmen bedarf, um den Zusammenhalt zu sichern, die ist ganz offensichtlich in der Krise. Zumindest in einer mentalen Krise, auch wenn sie sich nach außen noch als sehr zartkräftig und einig darzustellen versucht. Nun müssen wir aber feststellen, die Europäische Union, so wie wir sie heute kennen, hat zwei unterschiedliche konzeptionelle Wurzeln. Und die sind zurückzuführen auf zwei Personen, sogenannte Gründungsväter des Vereinigten Europas, die für zwei vollkommen unterschiedliche Vorstellungen von einem künftigen Europa standen. Diese beiden Namen, der eine ist sehr bekannt, der andere bei der breiten Öffentlichkeit weniger, diese beiden Namen sind Robert Schumann, unter anderem französischer Außenminister über längere Zeit, aber deutscher Abstammung, und Jean Monnet, ein Franzose, der aber ebenso sehr als Amerikaner gelten kann wie als Franzose. Robert Schumann, in Luxemburg geboren, in Lothringen aufgewachsen. Lothringen, das zusammen mit dem Elsass 1871 deutsch wurde, vorher französisch, dann deutsch, 1919 wieder französisch, 1940 wieder deutsch, 1945 wieder französisch. Als Lothringen, als Lothringen und als Elsässer musste man ja eigentlich wahnsinnig werden, wenn man das beobachtet. Eine Identität kann sich da gar nicht entwickeln, außer einer aufgezwungenen. Und das haben ja die jeweiligen Herren dieser Landesteile ja auch immer wieder versucht. Robert Schumann nehme ich absolut ab, den Impuls, eine auf Dauer tragfähige deutsch-französische Einigung zu schaffen. Das war sein Hauptziel, das Hauptziel seines Lebens, das er als deutscher Politiker und als französischer Politiker in der gleichen Weise verfolgt hat. In glaubhafter Weise. Der andere ist von ganz anderem Zuschnitt. Jean Monnet stammt aus dem Cognac-Gebiet und mit dem Cognac hatte er auch was zu tun. Es gab da, ich weiß nicht, ob sie heute noch existiert, aber auch nicht nachgeschaut, eine Marke Cognac-Monnet. Das war eine Cognac-Marke, die nach besonders hohen, qualitativen Standards strebte. Aber Monnet hat sich nicht damit begnügt, in der väterlichen Firma weiterzuarbeiten und sie zu übernehmen, sondern er ist Bankier geworden. Zuerst in der Londoner City in den 1920er, 1930er Jahre und dann Wall Street Bankier geworden. In der Wall Street ist Monnet aufgestiegen zu einem der Top-Leute, die Spitzenleute, die die Wall Street, das amerikanische Finanzkapital seinerzeit kontrolliert haben. In dieser Funktion als überzeugter Europäer, eigentlich weniger, denn als überzeugter Amerikaner, denn er wollte für das künftige Europa die politischen Institutionen der Vereinigten Staaten vorsehen. In dieser Funktion hat er gearbeitet und sein Ziel, sein erklärtes Ziel, das war gar kein Geheimnis, war nicht das Endziel, das Vereinigte Europa, sondern es war der Weltstaat, eine Weltregierung, die aber vornehmlich vom Finanzkapital kontrolliert sein sollte. Die europäische Einigung und ihre verschiedenen Etappen, also zuerst die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, 57, die EG Ende der 60er Jahre und dann die EU Ende der 80er Jahre, die sollten ein Durchgangsstadium darstellen für den Weg zum Weltstaat. Einen europäischen Patriotismus, dazu hat er sich mehrfach geäußert, hat Monnet strikt abgelehnt. Er stellt in seiner Person auch etwas dar, was es in den Vereinigten Staaten deutlich stärker ausgeprägt gibt als in Europa. In der EG vielleicht nicht, aber in Deutschland gibt es das nicht so sehr. Nämlich, dass Spitzenleute aus der Finanzwirtschaft in die Regierung überwechseln, auch in der Außenpolitik eine bedeutende Rolle spielen. Ich denke da an solche Wall-Street-Banker der allerersten Gilde, wie zum Beispiel John Foster Dulles, Avril Harriman, John J. McCloy. Da wird manch einer von Ihnen fragen, wie? Dulles? McCloy? Harriman? Das waren doch amerikanische Außenminister. Ja, waren sie. Sie sind von der Wall-Street in das amerikanische Außenamt gewechselt und nach dem Ende ihrer Amtszahl wieder zurück. Man könnte vielleicht spekulieren, dass von daher der Einfluss des amerikanischen Finanzkapitals auf die US-Region nicht so ganz gering sein würde. In der Bundesrepublik haben wir das in der gleichen Weise nicht erlebt. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass sie ihm als der Chef der Deutschen Bank angestrebt hätte, deutsche Außenminister zu werden. De Gaulle übrigens hielt Monet für einen Vaterlandslosen Gesellen. Er hat mal gesagt, der kleine Monet macht einen guten Kognak. Leider hat ihm das nicht gereicht. Schauen wir mal aber ein paar prominente Vertreter der Europäischen Union und gerade auch der Europäischen Kommission uns näher an. Da haben wir den Herrn Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank. Da haben wir den Kommissionspräsidenten Manuel Barroso aus Portugal. Da haben wir den Kommissionspräsidenten Romano Prodi. Da haben wir auch prominente Kommissare, die sehr einflussreich waren, wie Mario Monti oder Peter Sutherland. Diese alle haben eines gemeinsam. Sie sind in die europäische Chefetage gewechselt von der Chefetage der Firma Goldman Sachs. Und auch da könnte man wieder böswillig auf die Idee kommen, obwohl Goldman Sachs irgendeinen Einfluss auf die Leitung der EU hat. Das wird dort sicherlich bestritten werden. Aber ich denke, die Erwähnung dieser parallelen Funktionen erklärt schon ziemlich alles. Es ist offensichtlich so, dass die heutige Europäische Union sich mehr an dem Modell von Monet orientiert als an dem von Schumann. Die Finalität dieser Organisation wird offengelassen. Es wird nicht gesagt, wie sie zukünftig in ihren internen Strukturen aussehen soll. Zum Teil kommt es durch die Hintertür dann allerdings wieder rein. Das Europäische Parlament hat einen Ausschuss, wie er sich nennt, für konstitutionelle Fragen. Dort liegt ein Konzept vor für eine künftige europäische Verfassung, in der den Nationen, den Mitgliedstaaten praktisch keine Souveränität mehr zugestanden wird und das sich als Zentralstaat organisieren soll. Ich selbst bin um das Jahr 2003, muss es gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere, im Auftrag der EU-Kommission nach Marokko entsandt worden. Um dort als Berater der marokkanischen Regierung auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes zu assistieren. Am allerersten Arbeitstag in Rabat, in der marokkanischen Hauptstadt, hat mich der EU-Geschäftsträger dort empfangen und sagte mir, jetzt halten Sie sich fest, Ihre Mission hat den Auftrag, Marokko einen Beitrag dazu zu leisten, dass Marokko für den Beitritt zur Europäischen Union reif wird. Ich hatte Mühe, meine Gesichtszüge zu beherrschen. Marokko für den Beitritt zur Europäischen Union reif zu machen. Aber inzwischen wissen wir es besser. Halb Nordafrika soll dazu gehören, die Ukraine sowieso, Moldawien, Georgien, da ist eigentlich keine Grenze mehr. Wir kommen in Zonen hin, die gar nicht mehr europäisch sind, aber die gleichfalls einbezogen werden sollen in diese Europäische Union. Und es ist ja auch so, dass viele deutsche Politiker, Sie kennen sie alle, sich zu der Chimäre der Vereinigten Staaten von Europa bekennen. Warum ist das eine Chimäre? Was unterscheidet die Vereinigten Staaten, die ein funktionierendes, relativ gut funktionierendes, im Moment vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionierendes, Staatsgebilde aufgebaut haben, nun seit Jahrhunderten? Was unterscheidet sie von den Ausgangsbedingungen, die in Europa zu berücksichtigen wären, wenn wir hier Vereinigte Staaten von Europa aufmachen wollten? Es gibt in den USA keine Vielzahl von Sprachen. Wie viele Sprachen es in der Europäischen Union gibt, ich weiß es gar nicht. Es sind aber nicht nur die 27 der Mitgliedstaaten, sondern viel mehr. Und die stehen alle für bestimmte nationale Identitäten, mit denen die Menschen sich sehr stark identifizieren. Der Ausgangspunkt für ein Vereinigtes Europa in Form von der Gestalt der Vereinigten Staaten von Europa wäre auch nicht wie in den USA ein praktisch leerer Raum. Denn wo sind die Vereinigten Staaten gegründet worden? Auf einem riesigen Gebiet, das extrem dünn besiedelt war, von Völkerschaften. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht den Namen Indianer verwende, sonst bin ich Nazi und Rassist. Von Völkerschaften, die zudem auf einem viel geringeren Zivilisationsniveau standen als die großen Kulturen südlich davon. Die Kulturen der Azteken, der Teotihuacanos, der Maya, der Inka. Dazu kommt auch noch, dass die Teilstaaten der USA, die 50 Teilstaaten, eine recht gering ausgeprägte Eigenart besitzen. Sie haben auch offensichtlich nicht den Antrieb, sich gegenseitig Territorien abzunehmen. Es gibt auch keine massiven interstaatlichen Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten der amerikanischen Vereinigten Staaten. Es gibt eine amerikanische Identität. Es gibt wohl auch einen amerikanischen, sogar sehr ausgeprägten Patriotismus. Aber es gibt keine europäische Identität. Und es gibt auch nur nationale Identitäten der Staaten. Das ist kein Widerspruch dazu, dass manche Deutsche, wenn sie gefragt werden, im Ausland, wo kommen sie her, sagen, ich bin Europäer. Weil sie sich scheuen zu sagen, ich bin Deutscher. Als Franzose, als Brite oder Spanier würden sie sich nämlich sehr viel eher bekennen. Staaten sind ein Resultat einer Erinnerungskultur, eines Erfahrungshintergrundes, einer Kommunikations- und einer Solidargemeinschaft. Schon ein großer französischer Philosoph, Ernest Renan, hat 1860 gesagt, ein Zollverein ist kein Vaterland. Das trifft auf die Europäische Union zum guten Teil auch noch heute zu. Ja, keine Territorialkonflikte in den Vereinigten Staaten. Aber wie sieht es in Europa aus? Gibt es Konflikte zwischen europäischen Staaten? Da werden Sie schon lachen, wenn Sie die Frage hören. Es gibt einen Konflikt zwischen Ungarn und Rumänien, denn Rumänien ist 1918, ein Großteil des damaligen ungarischen Staatsgebiets zugesprochen worden. Es gibt einen Konflikt zwischen Ungarn und der Slowakei, denn in der Slowakei gibt es eine zahlreiche ungarische Minderheit, die auch nach wie vor Ungarisch spricht. Es gibt die Balkankonflikte, in denen sich Konfliktlinien ohne Ende überschneiden. Sie kennen es. Es gibt den Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei. Es gibt einen wachsenden Konflikt zwischen dem Baltikum und Russland, weil es in den baltischen Staaten russische Minderheiten gibt. Es gibt die Ukraine, da brauche ich kein weiteres Wort dazu zu sagen. Es gibt Nord- und Südzypern, wo die griechischen und die türkischen Bevölkerungsteile im Konflikt miteinander liegen. Rumänien will sich Moldawien eingliedern, Slowenien und Kroatien streiten über die Bucht von Piran, Spanien ist im Konflikt mit Marokko wegen Ceuta und Meri und mit England wegen Gibraltar und so weiter und so weiter und so fort. Und dazu gibt es noch Separatismen in vielen europäischen Ländern, insbesondere in England wegen Schottland, in Frankreich wegen Korsika und der Bretagne und anderes mehr, da brauche ich im Einzelnen nicht darauf einzugehen. Klar ist, eine zwangsvereinigte Europäische Union, ein zwangsweise hergestellte Vereinigte Staaten von Europa, werden von Anfang an ohne eine eigene Identität und mit massiven inneren und äußeren Konflikten konfrontiert. Der französische Politiker und Schriftsteller Philippe de Villiers hat das mal so ausgedrückt, ich zitiere wörtlich mit Genehmigung des Herrn Präsidenten, bin ich so gewohnt aus dem Bundestag, das letzte Stadium Europas wäre ein Raum, ein Raum ohne Grenzen, ohne Staatsvolk, ohne Staatsgebiet, ohne Lebensrat, ohne Glauben und ohne Zusammenhalt. Ist es das, was wir eigentlich wollen? Ich fürchte, selbst diejenigen, die sehr für Europa sind, werden nur mit Schrecken auf eine solche Zukunft schauen. Mit welchen Mitteln, lassen Sie uns das mal ein bisschen näher anschauen, wird nun die Zentralisierung in Europa vorangetrieben. Man spricht von einer Methode de Monet, die Monet-Methode. Was beinhaltet die? Sie kennen alle ein Zitat von Jean-Claude Juncker, dem früheren Kommissionspräsidenten, der mal sagte, wir unternehmen einen Vorstoß auf eine vertiefte europäische Integration. Wenn sich kein großes Geschrei erhebt, dann machen wir weiter, so lange, bis es kein Zurück mehr gibt. Das beschreibt sehr gut, was hier konkret geschieht. Ein Integrationsschritt zieht den nächsten nach sich. Durch Integration ausgelöste Krisen können anscheinend nur durch noch mehr Integration gelöst werden. Und jetzt zitiere ich noch mal wiederum mit Genehmigung des Präsidenten den französischen Politologen Jean Boissonneau, der sagte, während man noch über bestimmte Entwicklungen besorgt ist, scheint es bereits zu spät zu sein, weil man durch Anhalten des Mechanismus größere Risiken eingeht, als wenn man ihn einfach laufen lässt. Je krisenhafter die Entwicklungen, desto besser für die weitere Integration. Der legendäre Kommissionspräsident Jacques Delors redete schon von nützlichen Krisen, die weitere Schritte erleichtern. Und unser Finanzminister und Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble, Friede seiner Asche, bekannte sich ebenfalls dazu. Die Krise als große Chance in der europäischen Integration, mächtige Schritte durchzusetzen, die anders gar nicht möglich gewesen wären. Aber auch ohne Krisen werden aufgrund von vermeintlichen behaupteten Zwängen immer mehr Rechtsgebiete besetzt und damit auch die Kompetenzen der Kommission immer mehr erweitert. Wir sind konfrontiert mit einer Flut von Rechtsakten, die die Europäische Union erlässt und die sie zum Schiedsrichter auf immer mehr Gebieten unseres Lebens macht. Dazu zwei Zahlen zum Vergleich. In dem Zeitraum, in dem ich dem Deutschen Bundestag angehörte, nämlich von 2017 bis 2021, beschloss der Deutsche Bundestag 547 neue Gesetze. Das ist schon eine ganze Menge. 547 neue Gesetze. Nationale deutsche Gesetze. Die EU beschloss im gleichen Zeitraum 2.914 neue Gesetze. Das ist geradezu ein Amoklauf der Rechtsetzung. Wie kommt das dahin? Die EU sieht, je mehr Gebiete sie durch Rechtsetzung besetzt, desto mehr Kompetenzen eignet sie sich an, desto unerlässlicher wird sie, desto stärker ausgeprägt ist ihre Macht auf allen möglichen Gebieten des täglichen Lebens und zum Teil auch auf denen, für die ihr die europäischen Verträge gar keine Kompetenzen geben. Die EU setzt Recht in einer fast besinnungslosen Art und Weise, ich kenne das ja nun aus dem Rechtsausschuss dem Deutschen Bundestag, dem ich angehörte, in dem wir in jeder der alle zwei Wochen stattfindenden Sitzungen mit einem solchen Konvolut von neuen europäischen Rechtsbestimmungen konfrontiert waren. Oft wenige Tage vor der Sitzung präsentiert, europäische Entwürfe für Richtlinien und für Verordnungen, manchmal in einem Umfang von 40, 50, 60 Seiten, sowieso alles in Englisch. Niemand, nicht nur von der AfD-Fraktion, sondern auch von den anderen Fraktionen im Bundestag hatte die Möglichkeit, das in der Kürze der Zeit zu prüfen, zu lesen oder auch nur sich eine entsprechende Beratung von externer Seite zu beschaffen. Es wird durchgewinkt. Diese europäische Rechtssitzung ist im Rechtsausschuss des Bundestages ohne Diskussion samt und sonders en bloc beschlossen worden. Man glaubt es nicht. Das, was die Masse unserer Rechtsordnung inzwischen ausmacht, 80 Prozent oder mehr, wird im Bundestag noch nicht einmal diskutiert, es wird in Brüssel beschlossen und dann von uns einfach durchgewinkt. Ja, erfasst sind davon nicht nur Rechtsgebiete, auf denen es vielleicht eine Notwendigkeit für eine gemeinsame Regelung gibt. Das trifft aber nach meinem Dafürhalten eher für die wenigeren zu. Dafür reguliert die Europäische Union mit Vorliebe auch überall dort, wo es garantiert keine Notwendigkeit für eine solche europäische Rechtsetzung gibt. Die Beispiele dafür sind bekannt, die am wenigsten wichtigen, die sind die am meisten bekannten, etwa, dass auf den Tischen von Gaststätten keine Ölfläschchen und Essigfläschchen mehr stehen dürfen. Muss das europäisch geregelt werden? Dass die Bierkrüge in Bayern nicht mehr aus Ton sein dürfen, Steingut, sondern nur aus Glas? Dass Toilettendeckel europäisch einheitlich hergestellt sein müssen in ihrer Beschaffenheit, ihren Abmessungen? Ein typisches Gebiet für die Normung. Dafür gibt es das Deutsche Institut für Normung und das ZEN, das Komitee Europäer und Normalisation, die das viel besser und viel schneller machen könnten und auch schneller wieder revidieren könnten. Aber man macht ein Gesetz dazu. Oder, um das Ganze zu toppen, es gibt, Sie werden es kaum glauben, eine von der EU als Verordnung erlassene Regelung, die sich mit dem Backrezept für Pizza Napolitana beschäftigt. Tja, Pizza Anna Herkunftsbezeichnung, man muss sich etwas ganz Konkretes darunter vorstellen können. Diese Verordnung ist sieben Seiten lang. Sie beschreibt bis ins kleinste Detail, wie viel Millimeter der Boden, wie breit der Rand sein darf, was drauf liegen darf, was nicht, wie lang sie gebacken wird und noch vieles andere mehr. Also, wenn Sie mal richtig kräftig lachen wollen, schauen Sie sich die Verordnung über Pizza Napolitana haben. Oder noch etwas, und da wird es nun wesentlich gefährlicher als bei der Pizza Napolitana, die EU-Kommission hat vor einigen Wochen, wenige Monate ist schon einen Entwurf für eine Richtlinie herausgebracht, in der ein einheitlicher europäischer Führerschein eingeführt werden soll. Eine europäische Führerscheinregelung mit Vorschriften, die man nicht für möglich hält. Leute in meinem Alter müssten alle zwei Jahre sich einer sogenannten MPU, einer medizinisch- psychischen Untersuchung unterziehen, um herauszufinden, ob sie vielleicht schon geistig weggetreten sind. Aber auch jüngere Leute müssten sich immer wieder einer medizinischen Untersuchung stellen. Der Führerschein würde nicht mehr lebenslang, sondern immer nur zwei, drei oder vier Jahre gelten. Das greift so massiv ein in das Leben eigentlich fast jeden Bürgers in Europa, dass hier, kein Wunder, und das war auch so beabsichtigt, sich Junker so bezeichnete Geschrei erhoben hat. Auch in Deutschland. Auch der Verkehrsminister sagte, ja, das ist ja so überhaupt nicht akzeptabel. Und was geschieht nun? Es wird nicht festgestellt, diese Ordnung muss weg, diese Verordnung muss weg. Nee, es war eine Richtlinie. Die Richtlinie muss weg, sie hat keinen Sinn, sie nützt niemandem irgendetwas. Sondern es wird das getan, was die Europäische Union auch ganz gerne hat. Man sagt, wir wollen das abschwächen. Und dann kommt die Kommission wieder, ist bis jetzt noch nicht passiert, wird aber demnächst zu erwarten zu erwarten zu erwarten sein, legt einen revidierten Entwurf für die Führerscheinregelung vor, in dem ein bisschen zurückgerudert wird, aber im Kern ist das noch drin, was sie ursprünglich haben wollten. Sie setzen durch die Hintertür etwas durch, was niemand haben will, was niemandem nützt, was aber die Machtposition der Europäischen Kommission verstärkt. Es lohnt sich auch, einen Blick zu werfen auf die interne, in die innere Struktur der Europäischen Kommission. Viel ist die Rede zurzeit wieder von der Einführung von Mehrheitsentscheidungen im Rat, also im Rat der Regierungschefs und damit mit sicherlich auch in den nachgeordneten Räteln, dem Außenministerrat, dem Wirtschaftsministerrat, dem Finanzministerrat und so weiter. Soll in Europa im Bereich der EU von den Mitgliedstaaten mit Mehrheit entschieden werden. Wer eine Mehrheit hat, überschimmt die übrigen und das, was die Mehrheit beschlossen hat, wird gemacht. Da wird es nicht lange dauern, bis sich Mehrheiten gegen Deutschland finden. Mit vielen Kleinen gegen einen Großen, das ist ja ein altes politisches Prinzip, das auch entsprechend funktionieren wird. Der deutsche Historiker und auch Politikwissenschaftler August Graf Kargenneck hat dazu vor langer Zeit schon ausgeführt, das Mehrheitsprinzip eignet sich für konsequent demokratische Strukturen und auch auf der nationalen Ebene. Es passt aber nicht auf eine Struktur, in der eine Mehrheit von Mitgliedern in diesem Europäischen Rat über das Schicksal anderer Nationen verfügen können. Ich habe schon erwähnt, die EU versucht, auch Gebiete zu besetzen, für die ihr die Verträge, also der EU-Vertrag und der Vertrag über Arbeitsweise der Europäischen Union keine Kompetenzen zuteilen. Sie versucht zum Beispiel intensiv zur Zeit die Außen- und Verteidigungspolitik an sich zu ziehen. Dafür gibt es in der Bevölkerung sehr wenig bekannt, bereits etabliert in Brüssel ein europäisches militärisches Hauptquartier. Nicht das der NATO, die darf da gar nicht mit beschrieben, sondern das ist ein europäisches Hauptquartier, das sich nicht so nennt, sondern schöner irreführender Titel Military Planning and Conduct Capability MPCC Dieses MPCC hat vollständigen Einblick in alle militärischen Strukturen und Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Es kann militärische Einsätze planen und soll sie in der Zukunft auch durchführen. Nun hat die EU bereits ein militärisches Instrument zur Verfügung, das sie aber nicht ausreicht. Das sind die sogenannten EU Battle Groups, Kampfgruppen. Das ist ein militärischer Korpus, der von Fall zu Fall zusammengestellt wird, aus Truppen der Mitgliedstaaten. Die EU übernimmt nur die Funktion zu koordinieren diese Einsätze. Sie hat aber keine direkte Befehlsgewalt über diese Battle Groups. Das soll sich nun in Kürze ändern, indem eine sogenannte Rapid Deployment Capacity eingerichtet wird als EU-Eingreif-Truppe mit eigenen Truppen der EU, die von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden, über die die Mitgliedstaaten selber, die sie stellen, aber nicht mehr verfügen können. Damit tritt die EU natürlich auch offiziell in den Gegensatz und den Konflikt zur NATO. Und das Ende vom Lied ist natürlich, Sie haben das wahrscheinlich in der Presse mitbekommen, in den letzten Wochen und Monaten, dass wieder über eine europäische Armee gesprochen wird. Die ist 1954 schon an Frankreich gescheitert und sie wird es hoffentlich auch jetzt wieder tun. Mit der Demokratie ohnehin ist es in der EU nicht weit her. Es gibt da, ich zitiere vielleicht zu viel diesen Abend, der Präsident könnte auch ruhig sagen, es ist aber Schluss mit den Zitaten. Es gibt da dieses berühmte Zitat von unserem unvergleichlichen Bundeskanzlerkandidaten Martin Schulz, der allerdings in seinem Wahlkampf um dieses Abend nicht weit gekommen ist. Der sagte mal, wenn die Europäische Union einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union stellen würde, dann würde sie mangels demokratischer Strukturen abgelehnt. Applaus Warum sind diese demokratischen Strukturen unzureichend oder abwesend? Ein klassisches Demokratie Prinzip heißt zum Beispiel One Man One Vote. Ein Mensch eine Stimme. Aber wie sieht es in der EU aus, wenn das Europäische Parlament gewählt wird? Um einen Sitz im Europäischen Parlament zu erringen, sind in der Bundesrepublik 811.000 Wählerstimmen notwendig. Für die Republik Malta sind nur 67.000 nötig. Ein krasses Milchverhältnis. Die Stimme eines Maltesers wiegt ungefähr zwölf Mal so schwer wie die eines deutschen Wählers. In anderen Mitgliedstaaten wie in Griechenland, Rumänien, Bulgarien ist das Missverhältnis nicht ganz so krass. Aber auch die Stimmen der dortigen Wähler wiegen viel schwerer, können viel mehr bewirken als die Stimme eines deutschen Wählers. Das Parlament, so wie es sich nennt, kann allein überhaupt nichts entscheiden. Es muss immer im Einvernehmen mit dem Europäischen Rat beschließen. Die Zusammensetzung der Kommission, also auch der Regierung, auch wenn sie sich nicht so nennen kann, wird ausgemauschelt zwischen den Mitgliedstaaten, aber nicht im Europäischen Parlament. die Gesetzgebung erfolgt mit einer Anzahl von vollkommen undurchsichtigen Verfahren, würde zu viel zu weit führen, wenn ich im Moment erläutern wollte, was die Komitologie oder der Trilog sind. Das sind reine Mauschelgremien, in denen die Entscheidungen des Europäischen Parlaments vorstrukturiert werden, sodass das Europäische Parlament eigentlich nur noch eine Feigenblatt Funktion hat, wenn man es genau anschaut. Das Ganze führt dann auch noch zu etwas, was ich als die Sanktifizierung der EU bezeichne. Grundlegende Kritik an der EU gilt als illegitim, eigentlich als unanständig, das darf man nicht, denn das ist ja etwas ganz Ehrenwertes, etwas fast Göttliches, Henrik Broder hat dazu mal gesagt, es ist Hochverrat geradezu, an der EU Kritik zu üben, wobei er einer der jenigen ist, die am schärfsten mit der EU ins Gericht gegangen sind. Vielleicht gar Gottes Lästerung. Wer an der EU grundsätzlich Kritik übt, der ist gegen Europa. Also die EU ist Europa. Wie kann ein Europäer gegen Europa sein? Das ist in sich schon ein Unsinn. Es kann nur heißen, der Betreffende ist nicht ganz einverstanden mit der Art, wie dieses Europa sich jetzt in seiner Verfasstheit zeigt. In Deutschland sind sie, wenn sie Kritik an der EU üben, Rassist oder Nazi gleich. Und gibt es etwas, das man erst richtig einschätzen kann, wenn man mal längere Zeit mit der EU zu tun gehabt hatte. Und ich habe das ungefähr 15 Jahre lang in den verschiedensten Funktionen in Brüssel erleben können. Sie hat Anpassungsmechanismen entwickelt gegenüber Leuten, mit denen sie zu tun hat, die geradezu bewundernswert sind. Das halten sie nicht für möglich. Da kommt einer nach Brüssel, der hat ein eher neutrales Verhältnis zur EU, vielleicht sogar ein kritisches und nach wenigen Monaten, vielleicht schon nach Wochen finden sie den vollkommen umgedreht vor. Was ist da passiert? Die EU schleust eine Unmasse von Leuten durch ihre Institution durch, die sie mit ihrer Institution und mit ihrer Denkungsweise sozialisieren will. Das sind Komitees jeder Art. Es gibt in Brüssel Komitees, die immer wieder neu besetzt werden. Da sitzen Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von Leuten drin, die regelmäßig nach Brüssel zu irgendwelchen Sitzungen kommen. Sie beschäftigen eine ebenso große Masse von Praktikanten. So was ist in Deutschland nicht vorstellbar. Sie kommen in eine Sitzung, die hochrangig besetzt ist und neben dem Kommissar und den Generaldirektoren sitzen da zwei Leute, die sagen während der ganzen Sitzung keinen Ton. Das sind Stagiaire, Praktikanten, die dort eben in diese europäische Regierungsweise hereingezogen werden und die sich mit ihr sehr schnell und sehr stark identifizieren. Sie sehen auch die EU nicht als eine Verwaltungsbehörde, die einen bestimmten technischen Auftrag hat in Europa, einen Koordinierungsauftrag, Sondern das wird gesehen als ein hoch nobles Menschheitsprojekt, an dem wie schon gesagt keine Kritik erlaubt ist. Da findet eine Art geistige Umerziehung statt, zum Teil durch finanzielle Vorteile. Leute, die bezahlt für die EU arbeiten, sind in einer Größenordnung bezahlt, wie sie sie in den allermeisten ihrer Herkunftsländer nie erleben würden. Ein bulgarischer oder rumänischer EP-Abgeordneter, der verdient ungefähr das Zehnfache dessen eines rumänischen Abgeordneten nationalen oder bulgarischen. Man vermittelt den Leuten so ein Gefühl der eigenen Bedeutung, die sie in Wirklichkeit gar nicht haben. Bedeutung der eigenen Personen, man könnte Informationen besitzen, das suggerieren die dann immer gerne, Informationen besitzen, zu denen andere Sterbliche keinen Zugang haben. Man wisse Dinge, über die man gar nicht sprechen dürfte. Man bewege sich in der Nähe von Entscheidungsträgern. Ich kenne solche Naturen aus dem FF und stelle fest, wie sie allmählich umgedreht werden, wie sie zu Adepten der EU gemacht werden, die sehr leicht zu beherrschen und zu regeln sind. Nun ja, das sind recht kritische Anmerkungen, damit habe ich mich schon verdächtig genug gemacht, aber zutreffende sind es, meine ich doch. Was führt denn nun aus dieser Spirale der problematischen Entwicklungen wieder heraus, wenn man, so wie zum Beispiel ich europäische Zusammenarbeit will, aber keinen europäischen Superstaat und auch überhaupt keinen europäischen Staat, sondern ein Koordinierungsorgan, das für die Mitgliedstaaten und deren Regierungen arbeitet. Nun gibt es Leute, gar nicht so wenige, und die gibt es auch in meiner Partei der AfD, die gelegentlich sagen, vielleicht nicht reflektiert genug, erst austreten aus der EU und dann überlegen wir, was an ihre Stelle treten könnte. Das ist zu aller mindestens die falsche Reihenfolge. Aus der EU austreten, wenn das mehrere Staaten gleichzeitig tun würden, hätten wir in Europas das totale Chaos. Dann gäbe es nur noch eins, rette sich, wer kann. Es ist auch mit Sicherheit nicht so, wenn die Bundesrepublik sehr unwahrscheinlich alleine austreten würde. Es gibt auch Leute, die sagen, ist die Bundesrepublik einmal draußen aus der EU, ist die EU am Ende. Überhaupt nicht. Dann würden sich die übrigen wahrscheinlich noch enger zusammenschließen, wahrscheinlich unter französischer Führung und die Bundesrepublik und Deutschland in die Zange nehmen. Was wäre aber die konkrete Folge, wenn man tatsächlich austritt? Und das war ja sehr schön nachzuverfolgen anlässlich des Brexit, also des Austritts Großbritanniens aus der EU. Zunächst einmal, der austretende Mitgliedstaat wird zum Drittland. Er verliert automatisch alle Zoll- und Steuervorteile gegenüber den Mitgliedstaaten der EU. Er verliert alle Handelserleichterungen, insbesondere nach diesem sogenannten Cassis-de-Dijon-Urteil. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das oberflächlich mit dem Cassis-de-Dijon, das ist ein französischer Likör, ist, zu tun hat, das aber im Prinzip im Grunde besagt, jede Ware, auch jede Dienstleistung, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union verkehrsfähig ist, zugelassen ist, ist es damit automatisch auch in allen anderen Staaten. Das würde wegfallen. Der ausgetretene Staat müsste sich wieder Prüfverfahren, Zertifizierungsverfahren, Zulassungsverfahren, Kontingentierungsverfahren unterwerfen, die für Drittstaaten gelten. Das Ganze wäre äußerst kostspielig und für die Wirtschaft des austretenden Landes mit Sicherheit eine Katastrophe. Die Bürger des ausgetretenen Staates müssten sich wieder Grenzkontrollen unterwerfen. Für Warentransporte kämen wieder Einzelabfertigungen an den Grenzen mit endlosen Staus. Das ist leicht vorhersehbar. So war es ja auch unmittelbar nach dem Austritt Großbritanniens vor den Kanaltunneln. Arbeitskräfte aus dem ausgetretenen Staat würden ihre Arbeitserlaubnis in ihrem Aufenthaltsland verlieren. Das Leben würde allgemein teurer und komplizierter. Um nun schwere wirtschaftliche Rückschläge zu vermeiden, müsste der austretende Staat umfangreiche Übergangsverträge mit der EU aushandeln. Das hat ja Großbritannien auch so gemacht machen müssen. Denen blieb gar keine andere Wahl. Denn auch für Großbritannien ist es von entscheidender, von lebenswichtiger Bedeutung, dass sie eben nicht als Drittstaat, sondern als Teil des Binnenmarktes weiter behandelt werden, auch wenn sie der EU als Mitglied nicht mehr länger angehören. Dabei sitzt die EU am längeren Hebel. Die sagt dann jedem austretenden Staat, und das haben sie auch den Engländern gesagt, ihr könnt natürlich austreten, dann könnt ihr entweder unsere bereits bestehende Gesetzgebung, der acquis communautaire, das, was in ihrer ganzen Existenz die EU bisher an Gesetzen beschlossen hat, aber auch das, was sie in der Zukunft noch beschließen wird, übernehmen. Aber mitwirken könnt ihr daran nicht mehr. Das ist eine Situation, in der sich zum Beispiel auch die Schweiz schon seit langer Zeit befindet. Und das Endergebnis im britischen Fall war, dass Großbritannien umfangreiche Zugeständnisse machen musste an die Europäische Union in einem Übergangs- und Austrittsvertrag, der mehrere tausend Seiten umfasst. Es ist eine allgemeine Erkenntnis, meine ich jedenfalls, ohne ein Mindestmaß an Zusammenarbeit geht es nicht in Europa. Und dazu gehören für mich fünf Dinge, die wirklich elementar sind und die auch in jeder künftigen europäischen Zusammenarbeit bestehen bleiben müssten. Das eine ist der Binnenmarkt. Den aufzugeben würde zum Chaos führen. Die vier sogenannten Freiheiten, vier Freiheiten, der freie Verkehr von Personen, von Waren, von Dienstleistungen und von Kapital muss erhalten bleiben. Das erfordert ein Mindestmaß, aber kein Höchstmaß an Koordinierung. Die Freizügigkeit entsprechend nach dem Vertrag von Schengen, die wird von den europäischen Bürgern sehr geschätzt. Ich glaube nicht, dass man sich viel Freunde machen würde, wenn man bei der Reise nach den Niederlanden, nach Belgien, nach Frankreich an der Grenze wieder Zollformalitäten, Passkontrollen und alles, was damit zusammenhängt, absolvieren müsste. Die Bürger schätzen die Freizügigkeit, die Asylbewerber schätzen sie auch. Sie nutzen sie in der unverschämtesten Art und Weise. Das spricht aber nicht gegen die Freizügigkeit. Wir müssen nicht die Freiheit abschaffen, sondern wir müssen den Missbrauch der Freiheit abschneiden. Drittens würde ich sagen, die sogenannten transeuropäischen Netze müssen gewahrt bleiben, nämlich alles das, was grenzüberschreitend als Eisenbahn, Autobahn, Strom, Luftverkehr, Telekommunikation und so weiter funktioniert. Um auch nur die Stromversorgung zu nehmen, es wäre illusorisch zu glauben, wir könnten in Deutschland noch eine rein national abgeschottete Stromversorgung sicherstellen. Dass wir überhaupt in der Bundesrepublik nicht von einem Blackout zum anderen uns hangeln unter den Habeck'schen Maßnahmen, hängt damit zusammen, dass wir ständig große Strommengen aus Frankreich, aus der Tschechischen Republik und woanders woher importieren und wenn gerade die Sonne scheint und der Wind gleichzeitig weht, unseren überschüssigen sogenannten fossilfreien Strom anderswohin exportieren können. Nehmen Sie etwa die Versorgung mit Öl und Gas, wenn Sie sich das Netz der europäischen Pipelines anschauen, das ist wie ein dichtes Spinnennetz, das sich über ganz Europa liegt und das die Versorgung in allen Teilen der Europäischen Union sichergestellt hat. Das zu kappen an nationalen Grenzen ist vollkommen unvorstellbar. Ich meine auch bedeutende internationale Handelsverträge sollten gemeinsam abgeschlossen werden und nicht von jedem Mitgliedsstaat gesondert. Wenn ein Handelsvertrag mit Argentinien abgeschlossen werden soll, dann kann man entweder die EU beauftragen, dass sie das im Rat beauftragen, dass sie das nach bestimmten Kriterien verhandelt oder alle 27 Mitgliedsstaaten handeln einen eigenen Handelsvertrag mit Argentinien aus. Dass die Argentinier sich auch nur darauf einlassen würden, ist nicht anzunehmen. Und schließlich um in der politischen, letztlich auch wirtschaftlichen, militärischen Auseinandersetzung mit den Weltmächten bestehen zu können, ist ein Minimum an Koordination in der Außenpolitik nötig, aber kein Maximum und schon gar kein europäischer Außenminister. Um das sicherzustellen, würde eine EU genügen, die erheblich weniger zentralisiert wäre als die jetzige. Sie bräuchte keine Supranationalität, sie wäre Koordinierungsorgan souveräner Mitgliedstaaten. Sie hätte insbesondere keinen Staatscharakter. Die Entscheidungen von Rat und Kommission wären den Entscheidungen der nationalen Parlamente und Regierungen nicht übergeordnet. Die Erfordernisse dafür wären, ich zitiere nur einige wenige, die Rechtsetzung müsste strikt an das Subsidiaritätsprinzip gebunden sein, das allein bedingt schon eine erhebliche Renationalisierung von vielen Rechtsgebieten. Die Regulierungstiefe muss verringert werden. Voll Harmonisierung, dass überall sofort das Gleiche gelten muss, muss nicht angeschrieben werden. Es gibt da ein Zitat von Montesquieu, dem großen französischen Philosophen, ein wunderbar eigengängiges Zitat, der sagte, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Applaus Das sollte eigentlich auf dem Schreibtisch eines jeden EU-Beamten und auch eines jeden deutschen Abgeordneten immer eingegraben sein, sodass es nicht mehr wegnehmen kann. Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die zu 99 Prozent nur das wiedergeben, was die Kommission sagt, wären den Urteilen der nationalen Verfassungsgerichte nachrangig, also nicht den Verfassungen der Mitgliedstaaten übergeordnet. Das versucht nämlich der Europäische Gerichtshof durchzusetzen, dass er das nationale Verfassungsrecht bricht, aber wenn unsere Verfassung nur noch von außen reguliert werden kann, was bleibt dann von der Souveränität überhaupt noch übrig? Die Gebiete der Einwanderung und der Asylpolitik müssten ausschließlich in nationaler Verantwortung verbleiben. Das schließt nicht aus, dass man so etwas wie Frontex noch weiter unterhält, aber auch über deren Einsätze müssten die nationalen Regierungen, die das Personal stellen, in eigener Verantwortung leiten. Die EU darf auch künftig weder Polizeien noch Streitkräfte unterhalten. Und beides versucht sie. Auf dem Umweg über MPCC und anderes und die Battle Groups versucht sie sich ja auch als militärische Macht zu etablieren, obwohl in den europäischen Verträgen dazu nichts steht. Sie dürfte auch künftig keine eigenen Steuern erheben, was sie derzeit ebenfalls versucht. Ja, ich meine, mit einer in dieser Form mindestreformierten EU könnte man leben. Nun wird aber vielfach gesagt, auch aus meiner Partei habe ich das schon immer wieder gehört, die EU sei nicht reformierbar. Das ist mir zu apodiktisch. Das glaube ich auch nicht. Aus dem einfachen Grunde, es hat nämlich noch niemand versucht. Diejenigen, die EU in den nationalen Mitgliedstaaten mittragen, sind ja allesamt bisher auf diesem Dampfer gefahren, der immer vertieften Integration, der immer weiteren Übertragung von Soheritätsrechten an die EU und an Brüssel. Das kann ein europäischer Stimmungswandel durchaus verändern, wenn nämlich in einer genügenden Anzahl von drei, vier, fünf aber wichtigen Staaten, nicht Zypern und Malta, sondern Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Regierungen ans Ruder kommen, die diesen Kurs der endlosen europäischen Einigung und der Schimäre der Vereinigten Staaten von Europa nicht mittragen. Die Voraussetzungen dafür verändern sich ja laufend. In Italien haben wir eine Regierungschefin Meloni. In Frankreich sieht es ganz danach aus, als ob Marine Le Pen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen die besten Chancen hätte, französische Staatspräsidentin zu werden. In Spanien macht Vox, eine Schwesterpartei der AfD rasche Fortschritte und wie es in Ungarn aussieht oder zunehmend auch in der Tschechischen Republik ist Ihnen ja bekannt. Wenn eine solche Gruppe von Staaten konsequent zusammen agiert, kann sie erzwingen eine Reform, eine Totalreform der EU, eine Reform an Haupt- und Gädern. Dem kann es zunächst mal das Geld, das sie aufwendet für viele dieser Mitgliedstaaten. Die Bundesrepublik ist auf die EU als Zahlungsempfänger nicht angewiesen. Sie bekommt von dort unvergleichlich viel weniger zurück, als sie einzahlt. Gilt übrigens auch für Frankreich, gilt auch für Italien. Aber es gibt eben Mitgliedsländer, Spanien und Portugal gehören dazu, Ungarn, die Slowakei, Ischelische Republik, Bulgarien, Rumänien, das sind Nettoempfänger, deren Staatshaushalte zum nicht geringen Teil von den Zahlungen der EU abhängen. Und das wird ja nun, wie wir gerade in diesen Tagen beobachten können, massiv als Druckmittel verwendet und missbraucht. Und schließlich, die EU hat einen Beamtenapparat, der in dieser europäischen Denkweise Integration um jeden Preis, Schaffung eines europäischen Zentralstaats als Endziel der europäischen Einigung, die in diesem Sinne sozialisiert sind und das auch mittragen. Die EU hat 20.000 Beamte in Brüssel, die alle in diesem Geist erzogen sind. Und wir alle kennen das Beharrungsvermögen von Beamtenapparaten, wenn sie mit dem nicht übereinstimmen, was die politische Ebene beschlossen hat. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich habe vorhin schon mal genannt, zum Beispiel Argentinien, ein Handelsvertrag mit Argentinien. Ich habe mal im Auftrag der Bundesregierung mit dem stellvertretenden argentinischen Wirtschaftsminister einen Vertrag ausgehandelt, der die sogenannte Legal Metrology, die gesetzliche Metrologie in Argentinien modernisieren sollte. Metrologie, nicht Meteorologie, das ist die Wetterkunde. Die Metrologie, das ist die Lehre von den Messungen, das Eichwesen, also zum Beispiel, dass sie an der Tankstelle tatsächlich so viele Liter bekommen, wie die Zapfsäule anzeigt. Dass die Wiegeeinrichtungen für LKW auf Straßen auch das echte Gewicht anzeigen und nicht vielleicht mehr oder weniger und vieles andere mehr. Dieser Beamtenapparat wird sicherlich versuchen, das zu verhindern, dass es zu einer Totalreform der EU kommt und ich habe den Eindruck, es wird wahrscheinlich nur mit brachialer Gewalt möglich sein, sie dazu zu zwingen, dass sie das eben auch mittragen. Denn wer die Reform der EU nicht ernsthaft versucht, dem bleibt nur noch der Horror des ungeregelten Austritts und das Chaos, das dann in Europa entstehen müsste. Ich würde abschließend sagen, europäische Einigung, ja, aber bitte mit Augenmaß. Applaus und ein es ein ein es ein ein das das